Klick auf meine Bananen und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Fidibis Let's Play Together. Wir joinen mal auf den Server und da ist schon jemand drauf. Wer ist das wohl? Ich bin's nicht. Ach keiner, da ist es, der liebe Yodotan. Hallo Yodotan. Ey, holl Minecraft, Freunde. Ich wohne hier oben, also war Piste. Ey, hier oben habe ich mal unsere Kisten hingestellt, so. Die Rohstoffkiste habe ich da hingestellt, für alle. Okay. Ich tue mal das Zeug raus, was mir Rohstoff besichtigt. Hattest du da oben die Ocean Pit hingestellt? Ja. Ja, hattest du, aber ging ja. Die Serverabschmierung. Ja, das passt schon. Hier ist auch noch Rohstoff und so. Okay, also heute erstmal ohne den Lego oder Luke Star, wie auch immer. Lego Pikachu. Lego Pikachu. Und deswegen sind wir heute hier mal lieber zu zweit. Oh. Verdammt. Hat du was zu essen? Also essen, ich weiß, wie du jetzt die letzte Folge gesehen hast, aber die musst du dir unbedingt mal angucken. Die kommt heute. Heute ist nämlich... Ne, die kommt morgen. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Ich schaffe mal alle Rohstoffe hoch. Genau. Ne, da, da, wir hatten hier auch so ein Weizenfeld angepflanzt. Was? Was ist hier passiert? Unser Weizenfeld ist weg. Ne, wir hatten hier eigentlich so ein Weizenfeld angepflanzt. War ich da dabei? Ne, ne. Keine Ahnung, was ist hier los, weil wir hatten uns nämlich komplett verlaufen in der letzten Folge. Aber irgendwie hat es das hier nicht gespeichert. Na gut, nicht schlimm. Die Folge steht. Spaß hatten wir trotzdem und ich hoffe ihr auch. Ach, schuldigung, ich verratete das. Ich bin ein Zombie. Ihr habt einen Spinn-Spawner gefunden, den ich abgebaut habe. Das heißt, der müsste jetzt auch noch da sein. So, was wollte ich jetzt machen? Gut. Das sind die richtigen. Die eine Home machen. Genau, das wollte ich machen. Faszinierend. Ist lagged? Naja. Naja, also bei mir ist das super. Ne, bei mir, bei mir. Ich habe meine Einstellung klein bisschen hoch. Ich hatte hier auch, ich habe da jetzt Optifine drin. Mal ganz kurz gucken. Oh, ich fahre gleich, ich fahre gleich. Load ford, Dynamic Updates. Ja, bei mir legt es jetzt auch. Das ist ein blödes, schönes Server. Oh, ich fahre gleich. Fuck fast details. Warum unbedingt was zu essen? Ja, wir haben leider nicht. Oh, ich fahre. ich bin ein jäger verliebt und kaufgänger viele würden das am tag machen nein Jonathan macht es halt in der nacht ja gibt es irgendwie hat sie was hier gelöscht alles ausgerottet du kannst du schlafen ja wenn ich jetzt irgendwo runterfall und alles leben verliert bin ich tot das ist hier in 30 meter von zu hause weg komm heim sohn ich bin deine mutter als mole du hast mir nichts zu befehlen hey was ich will jetzt schlafen und gezogen abhängen sonst kriegst du nicht zu weihnachten ich habe schon ein Zaphirs Wort haha dummes Kind es müssen wir essen oh weizen und zuckerrohr kann man nichts zu essen machen wie ihr vielleicht hört die playlist habe ich ein bisschen erweitert das ist ein besser zombie mit dem gold holm hilf mir das ist doch der tag der verbrennt doch gleich nein dann gold holm deswegen verbrennt denn hier oder was ja was hilfe hilfe ich komme ich komme ich komme ich habe nichts zu essen ja ich auch nicht also irgendwie hat sie es echt nicht gespeichert ja er hat einen minim shot er hat einen minim shot weil das die Fackeln die ich letztens gesetzt habe so eine Rolle weg also naja das wird äh in ein paar folgen dann bald anders sein wir verraten man auch nichts ich bin Profi 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 du hast die Tür aufbelassen Huuuuu wenn du so weit ja machst kriegst du wirklich nichts zu weihnachten Der Server, er laggt. Mach mal los. Hallo? Ja. Die Musik. Ich höre dich noch. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Okay. Da war was mit dem Internet. Ja. Da war was mit deinem Internet. Ah. Das war vielleicht auch dein Internet. Nein, an meinem Internet kannst du nicht liegen. Ist neu. Perfekt. Super schnell. Super gut. Ist echt neu? Jo. Ja? Ne, kein neu. Ne, neu aufgefüllt meine ich jetzt. Ach so. Ich wollte schon sagen. Oh ja, Alter. Das hätte mich aber jetzt gewundert. Das geht ja noch nie wegen unserer Leitung. Ja. Also letztens sind wir echt, wie gesagt, die Folge kommt morgen, guckt ihr die auf jeden Fall an und ihr guckt die auch hoffentlich an. Nein. Gar nicht. Das Problem ist, ich kann es euch jetzt nicht sagen, weil ich halt, na das ist ein Lied, das braucht man nicht. Ich brauche noch eins schon tot. Du bist bananiert. Ich, ich lege mal alles in die Kiste. Weißt du was von dir aus? Wir waren letztes drei Skelette. Also die. Da stehen immer noch welche rum. Ich, ich sehe, ach so. Ich stelle mal meine Einstellung. Boah, ich habe mal gedacht, dass Uranium da ist. Ne, es ist Green Saphir. Ja, es ist Green Saphir. Oder kann ich auch was ändern? Kein Wunder, dass es laggt, wenn ich auf Sichtweite weit spiele. Und ich habe trotzdem 40 FPS. Highlight, tipps hin. Leute, ich habe jetzt einen besseren PC gewissen. Ja, genau. Oh, ey. Ey, was sagst du? Du spielst, äh, Render Distanz Gnome habe ich. Ja, habe ich auch drin jetzt, aber ich habe auch weit gespielt und trotzdem 40 FPS leckig oder aber. Ja, ich habe mir ein bisschen kürzer gestellt. Äh, ich, ich werde normal reicht völlig. Ja, also. Ey, wenn ich, wenn ich eh nur in Höhen unterwegs. Ja. So. Verstehen wir mal, da ist ein Breedler. Jetzt mache ich mir eine Kiste. Meine Kiste. Wo ich alles reinhau. Oh, ich hatte ja noch Holz. Huch. Ja. So. So. Ah, das sieht kacke aus. Kacke, verdammt. So. Short sieht besser aus. Genau. Da können wir durch die ganze Schlucht hier gucken. Ähm. Spielst du überhaupt mit Optifine? Ja. Schaut's aus. Ich hab noch nicht kapiert, wie das geht. Kann ich dir mal zeigen. Ist ganz einfach. Da musst du, äh, Optifine. 1.4.6. Einmal in die... Komm mal hoch. Schau dir mal eine Kiste an. Einmal in die Instant Mods, äh, Ordnung tun. Und einmal in die... Ja, musst du mir einfach mal zeigen. In den Mods, Ordnung tun. Dann ist es da drin. Guck dir mal eine coole Kiste an, die ich mir gemacht. Ja, warte mal. Ich will mir kurz nochmal das Tinder vorne. Waaaah! Puff! Hat wenig mit das Bett jetzt funktioniert? Ja. Faszinierend. Ah. 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 What the f... Wow. Da kam auf einmal hier ein Creeper runtergeflogen. Na, tot? Ne, ne. Der ist hier bloß vor mir runtergeflogen. Hey, hier oben ist alles mein Bereich. Meie. Aber der hat so viel Fallschaden erlitten, dass ich den Instant weggehauen hab. Jalla. Ja. Sagt man da bloß. Nö. Das ist ganz normal. Die Creeper zittern vor meiner... Angst. Also ich will auf jeden Fall was mit Marble bauen. Du auch? Jo. Ich baue mein erstes Zimmer mit Marble. Ich weiß ja nicht, ob ich in der Hülle bleib. Nö, ich baue mir dann so ein übelst mächtiges Imperium. Du als Typ. Nö, dass ihr euch wundert, dass der Barbadan hier solche geile Scheiße baut. Ja. Also nicht wundern, dass ich so eine geile Scheiße baue. Ich muss sagen die Musik, wenn das jetzt nur... Oh, da wüsst du ja. Dass die Musik jetzt... Geh mal hoch meine Kiste angucken. Geh mal hoch meine Kiste angucken. Ich kann nicht mehr sprinten, doch. Äh ja, deine Kiste angucken. Da ist ja auch noch ein bisschen Marble, deswegen... Und dann gehst du mal eine Kiste angucken. Da werde ich jetzt ein Haus machen für jeden. Oder... Ich baue mir jetzt mein kleines, eigenes Haus schon. Ich will ja eher so einfach eine Höhle mit... Ne, ich will nicht in dem Wohnen. Ich bin kein Maulwurf. Du bist doch hier auf dem Endserver. Du übelst Maulwurf und ich baue erstmal so ein riesiges Baumhaus. Ja, genau. Der baut erstmal so easy peasy dort unten seine ganzen Sachen. So ein riesiges Raum. Und ich baue oben ein ganz schönes Baumhaus in den Baum rein. Oh, Oranium. Lecker. Hm, ich habe jetzt ein Stack. Ich habe nur ein halbes Herz. Läuft. Läuft. Welcome von PapaFjordMusic. Ich stelle das kostenlos, oder? Wie bitte? Woher kriegst du die Musik überhaupt? So eine Seite hier ist PapaFjordMusic. Die will nur Namensnennung. Dann passt das schon. So. Günter Joachim Schmidt. Günter Joachim Schmidt. All die jetzt mit Schmidt mit Nachnamen helfen, dass man ihnen keine Anspielung auf euch. Aber es gibt ja schon ein paar Leute, die so heißen. die Bawakiste. Die Bawakiste. Die Bawakiste. Die Bawakiste. Ich bin der YOLO Baba. Okay, das geht schon mal. Ich bin der YOLO Baba. Ich bin der YOLO Baba. Okay, das geht ja auch mal super. Und es geht ja auch mal super. Und es geht ja auch mit dem anderen. jeden fall will ich ein blaues schwer und saphir? ja und ne grüne pickaxe hat die spätes nimmst die an, ich soll mir hin hast du dir grad rüstungswaffen von mir, also die ganzen smaragde und saphire genommen? ja aus der rohstockkiste hast du mir die genommen ja das war mein nein ich hab aber auch grad welche geholt ja denn hier für sich auch so so blaues schwert ich hab ein cooles schwert äh blaue spitze so ich hab ihn dreistex fangen ich fange es anzubauen hat so einen schaufeln? stimmt wo schaufeln? ja das war ganz schön knapp es wird dunkel soll ich dich töten? nein und das heißt bananieren soll ich dich bananieren? die viertelstunde ist rum ich weiß nicht ob ihr es hört und geh noch schnell kurz ins bett das war es für die folge und guten morgen ja bombole genau warte vielleicht sind wir in der nächsten Folge nicht mehr so übermüdet bis dahin viel spaß noch und ciao ciao tschüss 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 tschüss